Soda la, damit grüße ich dich, sage hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come. Deliverance, ich bin der Franconia. Wir müssen noch mal ins Bett, ne? Wir müssen noch mal echt ins Bett langsam. So, wir laufen jetzt mal hier nach unten. Denn wir sind auf dem Weg Richtung Sassau, liebe Freunde. Da müssen wir mal den Grab besuchen und da ein paar Blümchen pflücken. Ach ja, immer was anderes. So, dann gehen wir mal hier rüber. Mordshaus, können wir hier angeln? Hier können wir angeln, oder? So, Fischreihe. Wie läuft das hier? Ach, nein. Ach, wir können hier selber nicht angeln, aber wir können hier uns fotografieren. Ach, Junge. Das Ding würde ich mir kaufen, das Haus. Oh, ist doch schön hier, oder? Oder bin ich einfach zu, keine Ahnung, zu sehr Eigenbrülle? Man weiß es nicht, ich finde es hier total... Wenn ich weiter hineingehe, ertrinke ich vielleicht. Ja, vielleicht. Wir können es ja mal probieren. Ui, wir bleiben lieber hier. Ah, schau mal her, im Sommer. Was, schon im Sommer, gehst einfach her, hängst drei Haxen rein. Hockst dich auf dem Stein. Und schaust zu. Ach, wie das Wasser da vorbei. Ach, Gott, Freunde. Ist der schön. Oh, hier ist sogar ein Quest. Gehen wir hier, schauen wir her. Der hat ja sogar noch riesige Hundehüten. Luden? Ne. Ich gucke einfach mal, weil wir es können. Ach, ist das schön. Ach, hier gibt es sogar noch eine Quest. Questgeber, jo, was geht mit euch ab? Ach, ist das schön hier. Das fällt mir jetzt schon weiter hier. Schöner, der Mords-Hühnerstall da auch noch. Mords-Hühnerstall hier, Holz. Ordentlich am Holzhaken, schau nur hier. Was ist das? Auch hier. Mords-Stall. Schau nur hier, überall Holz, frisches Holz kackt. Da, Anbaugebiet. Jawohl, gratuliere. Vogelscheuche, okay, die haben hier nichts zum Anbauen, ne? Was ist nur das? Ich wüsste jetzt kaputt. Ach, Freunde, ist das schön hier. Ach Gott, oh Gott. Oh, schau her, da ist da ein Schatten im Sommer. Da kann es ruhig, die Sonne runterknallen. Schöne. Der hoppt hier mit dem Arsch drin. So, wir gehen aber noch mal auf die andere Seite. Ich weiß, ich möchte hier... Nämlich, wenn die jetzt hier drüben sind, dann können das schon nicht auf der anderen Seite sein, wenn du verstehst, was ich meine. Dann können wir da mal ein bisschen looten noch, bevor wir zu den Jungs gehen. Ach, Gott, das schön... Ach, Gott, da hast du deine Ruhe. Entschuldigung, dass ich jetzt so schwärm. Mir gefällt es jetzt total. Schau her, da im Sommer hockst du dich nach aus. Komm, dann haben wir mal neidiesuppen. Ja, passt doch. Katzenwäsche ist okay. Da, schau her, jeden Tag ein Frühstücksei oder zwei oder drei. Mehr Natur, geh doch fast nicht. Nein! Sag bloß, das ist ein Müller. Können wir hier rein? Ich gebe mal Obacht. Nämlich, die machen ja nichts. Die schauen ja nur blöd in der Gegend rum. So schnell die Tür zu machen. So. Schau nachher, Mordsdingel. Einen Mordsgrill haben die hier beieinander. Okay, wir können hier die Schloss knacken. Das tut mir leid, liebe Abbewohner. Wildschweinleder, ja komm. So, was haben wir hier? Ich glaube, seit wir wie der Dietrich hier gekauft haben, waren das glaube ich zwei Stücken, ne? Wir schließen mal hier. Sicherheitshalber. Was können wir hier noch glauben? Ja, wir haben ja ausgemacht, dass wir Okay, hier könnten die uns theoretisch entdecken. Wie gesagt, theoretisch. Ich hoffe mal. Der war eigentlich auch nicht großartig was, ne? Okay, dann bleiben wir mal hier. Beziehungsweise schließen. Ich glaube, das ist so ein Müller, wo du... Ne? Was schon. Gibt's hier nicht mehr zu looten? Habe ich jetzt da eigentlich noch eine Tür verpasst, nicht, oder? Ich geh nochmal durch. Hier waren wir glaube ich noch gar nicht drin, ne? Wir können hier nur schlafen, okay. Hier haben wir noch was Feines. Hier haben wir noch was Feines. Können wir jetzt ein eigenes Club eigentlich verkaufen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht, okay. Da ist nichts drin. So, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 18 Uhr. Hm. Wir könnten ja hier echt theoretisch komm, ich mach mal hier zu. Vielleicht können wir... Ich glaube, das ist so ein Müller, ne? Also so ein normaler Müller, wo du wieder was für den klauen musst, etc. Hier haben wir sowieso noch so viele Dinge, Quests offen, ne? So, wir machen aber hier mal wieder fein die Tür zu. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Man hat mal kann die... Gräste, okay. Das ist tatsächlich der Müller hier. Hallo, mein Freund. Feuerling. Glück und Gesundheit. Dir auch, mein Bester. Was ist hier los? Was geht hier vor? Wir haben den Komanen gefangen und in die Scheune gesperrt. Was? Wie konntet ihr ihn gefangen nehmen? Ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich nehme an, er war bewaffnet, oder? Ja, war er. Aber halt Pech gehabt, der Ärmste. Ich wollte morgens Wasser holen und da sehe ich plötzlich so einen Kerl, der seinen Gaul durch die Furt reitet. Und wie er halb durch ist, geht ihm das Viech durch und wirft ihn ins Wasser. Ich spring rein, ziehe ihn an Land und sehe, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück ist er auf dem Kopf gelandet und war ohnmächtig. Da habe ich ihn in die Scheune gezogen. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was weiß ich? Der Müller hat gemeint, ich soll auf ihn aufpassen. Frag am besten ihn, wie es weitergeht. Gut, werde ich machen. Nein, werde ich nicht. Oh, interessant, ne? Interessant. Was zum Teufel? Ach, das sind die Jungs. Weißt du was, bevor wir hier zum Müller gehen, wo haben die den eingesperrt, bitteschön? Haben die den da oben aufgesperrt? Das wäre jetzt eine Sache, ne? Schatzkarte 1, was ist mit euch kaputt? Die haben wir aber, glaube ich, schon, ne? Nein! Boah. Okay, mit dem Müller reden wir gleich. Ich schaue jetzt nur noch mal, aber ich weiß, ich bin ziemlich... Ne, Schatzkarte 1 haben wir sogar. Noch nicht. Aber das ist doch neu, oder? Wir lesen es ja mal. Nein, also, die ist neu. Krass, die ist neu. Yes! Boah, wir müssen das A noch machen, die Schatzkarten. So, was, was? Ich gehe noch mal zu die anderen zwei Nächte. Ich kann eigentlich da durch, ne? Oder? Die haben hier echt alles, was sie, was man braucht, ne? Muss ich sagen, mir gefällt sie, obwohl sie eine Männerweg ist. Ich möchte nicht wissen, was die machen, wenn es dunkel wird. So. Dann gehen wir noch mal zu denen. Ach, da haben die den eingesperrt, dann mal schon scheinend, ne? Ihr Pappenasen, ihr habt ihn tatsächlich da neigesperrt. Mir zwar passt jetzt drauf auf, anscheinend ist es auch schon. So, gräste, Heuerling. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen doch mal zum, zum Pesek, wollte ich schon sagen. Wir müssen, glaube ich, doch noch mal zum Müll hin. Es tut mir leid. Och, jetzt rennt es auch noch. Oder? Nee, Quatsch, ist das Wasser. Ach, ein schönes Fleckler Erden. Ein schönes Fleckler Erden hat er gemacht. So. Gehen wir noch mal rum ums Eck. Das könnten hier auch voll angegriffen werden. Oh, was macht der Baum in der Luft? Na ja, man weiß es nicht. Aber ich muss sagen, richtig, richtig schön. Richtig, richtig cool, dass ihr euch kein Schweine haltet. Das wundert mich ein bisschen. Das wundert mich ein bisschen. Hey, Bauer, hoch her. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir, mein Knecht. So, mir kam da etwas über den gefangenen Kumanen zu Ohren. Einer deiner Knechte meinte, du hältst einen Kuman gefangen. Oh, da hast du richtig gehört. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Hm, wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Hm. So, Entschuldige, ich muss jetzt was trinken noch. Tut mir leid. Ähm, ich helfe dir, klar. Ja, ich helfe dir mal. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Galitz. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsfond auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Das hätte ich auch wissen, ne? So, und die Sachen willst du dann behalten, ja? Ich nehme mal an, du willst die Beute dann ihren Besitzern zurückgeben. Sehr witzig. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Nur wenn wir 50-50 machen, ne? Alles klar. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem Raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist nur sehr gemüt. Die Männer sagen, da gäbe es einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann, als bloß fluchen. Sicher. Das kriege ich hin. Dankeschön. Sehr geil. So, Sprachbarriere. Ich komme nie mehr nach Sassau. Und weißt du, das Spiel hängt schon wieder. Nie mehr nach Sassau. Na, da bin ich schon mit. Irgendwie hängt er doch jetzt schon wieder. Sehr schön. Spiel gespeichert. Gratuliere. So, finde einen Übersetzer. Gratuliere. Haben wir die Quest jetzt eigentlich schon freigeschalten? Beziehungsweise ist die mit. Mal drücken jetzt. Jetzt hängt es schon wieder. Entschuldigung. Sprachbarriere. Ruheloser Geist. Sprachbarriere. Ich kann nicht hundert Ding. Die alte Dirne. Die ist morgen auch noch alt. So, Sprachbarriere. Müssen wir da nach oben gratulieren? Ist ja gar nicht so weit. So, apropos. Noch gar nicht so weit. Da war jetzt aber kein Button, dass ich zeichbar den verkaufen kann. Aber ich könnte auch ein bisschen was in die Truhe neidun. Bei denen eben Ding, ne? Oder mahnt es nicht aus? Auch? Können wir hier die Leiter eigentlich nicht auf, ne? So, da geht es nicht weiter. Okay, weißt du was? Jetzt gehen wir mal da rein in den Käfig. Schlossknacken, Auch hier? Was? Schlossknacken reicht. Ich muss gar nichts machen. Ich komme nicht mehr raus. Schlossknacken, ich will die Tür schließen. Wieso möchte die von innen nur auf? Wenn ich die öffnen kann, ganz normal öffnen, wieso kann ich die da nicht mehr? Jetzt ist es leer. Junge, da wirst du auch nicht alt. So, weißt du was? Wir stehlen mal rein. Wir hauen jetzt mal ein paar Sachen ins Inventar rein. Und zwar den Doll. Die Fackel. Die Fackel. Knüppel. Knüppel. Äh, Knüppel. Langstreckenpfeile. Hey, wir haben so 120 Milliarden Pfeile, ne? So, wir hauen tatsächlich mal das hier alles rein. Nur um tatsächlich Questgegenstände sonstiges so ein bisschen schneller laufen können. Mohnblume, wir brauchen Mohnblumen. Äh. So, theoretisch könnte ich mal hier so auf alles plädieren, ne? so weißt du was? Wir hauen mal den Fusel weg. Den Brandwein hauen wir weg. Das Futter lassen wir mal tatsächlich hier. Alles. blä, 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 blä. Karte Bier lassen wir auch mal hier. Wir lassen mal die ganzen Tränke, Heildränke, schieß mich tot. Lassen wir mal alles hier. Also sehr geil, ne? Die Schatzkarte. Komm, die Schlappen hauen wir auch mal rüber. Schnäpse hauen wir weg. Trank der Baden lassen wir mal. Verbände lassen wir auch mal. Den Wein hauen wir auf jeden Fall rüber. So, dann haben wir 95. Dann haben wir hier das mal eingeladen. Dann können wir nämlich jetzt ein bisschen doch ein bisschen Gas geben, was das angeht. So, dann hätte ich gesagt, hey, Heuerling. Ich bin wegen dem Kumanen hier. Ich hätte eine Frage wegen des Kumanen. Frag nur. Wie, war nur? Ach so, frag nur. Rauking. Interessant. Ich dachte schon, der hat ein neues. Sag mal, ja. So, Heuerling. Ich hätte eine Frage wegen des Kumanen. Frag nur. Zockt er dem schon über den Arsch. Okay. Interessant. Ich hätte ihn was aufgemassen sollen. Der Fluss hätte ihn mitgenommen und wir hätten unsere Ruhe. Was soll's, so ist das jetzt nun mal. Am wichtigsten ist doch, dass er nicht raus kann, um uns alle im Schlaf abzustechen. Ja, steche ich ihn ab. Den ganzen Tag blökt er dieses Kauderfelsch und lässt uns keine Ruhe. Hohoho. Verstehe. Bist ja ein richtiger Held. Hättest du dir überlegen sollen, bevor du ihn aus dem Fluss gezogen hast? Ach, dreckiger Ungar. Hohoho. Wegen rassistisch so, ne? Gut, wenn er wirklich dreckig ist, ne, dann kannst du schon sagen, dreckig Ungar, aber sonst. Ja, doch sehr ein bisschen rassistisch. Sowas war's. Wir gehen jetzt da mal entlang, da. Ich hab schon wieder so viel Bock bekommen. Weil ich so viel hier genau Unfallort. Weil ich schon wieder so viel interessante Dinge gefunden hab. Übrigens, ich glaub, hier gibt es nicht überall immer was, ne? Hier gibt's halt nur immer so allgemein interessante Orte, wo man angucken kann, wo die Entwickler hier wirklich hinterlassen. Der ist so riesig, der Streitwurm. Oder dieser Wagenanhänger. Nenn es, wie du willst. Das Problem, jetzt wird's Nacht, ne? Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier heute noch. Bis zur Dunkelheit. Dann würden wir da gerne mal pennen. Wir sind schon bis zur Hälfte müde. Ich muss ja nicht gleich direkt tot umfallen, ne? Sowas irritiert mich immer, ne? Irgendwie. So, den Fluss entlang. Schau her, Kollege wird schon wieder müde. Ach Gott, bin ich müde. Na, wir suchen gleich ein Schattig-Splitzler für dich. Ich hab voll Angst, ne? Irgendwie grad. Eie, ei, ei, ei. Boah. Wie lange hat denn der die Augen zu? Würde mich doch gerne interessieren. Hülzau. Mich würde schon gerne interessieren, was hier tatsächlich passiert, wenn ich bis zum St. Nimmerleins-Doch hier weiterlaufe. Beziehungsweise bis ich müde bin. Hülzau. Festzeltplatz. Jetzt ist schon wieder so merkwürdig ruhig hier, ne? Wieso ist denn da ein Totenkopf? Das sind Schweine drin. Wen kören die? Luden. Luden, Luden, Luden. Hier läuft er unten. Wer ist das? Ach, das ist ein blöder Pflock. Ein blöder... Ne? Bilderstock. Wir lesen. Wir lesen. Josef Bretzer, Steffen Lister, Scott Mitchell und Peter Matzon. Ei, wunderbar. Hier haben wir bestimmt noch einen interessanten Ort. Hier gibt es Steine. Das ist irritiert voll, finde ich. Hier sind 180 Milliarden und 1.000 Quests. Der wird sich freuen, wenn ich jetzt hier komme. Können wir hier überpennen? Dem wird es Haus. Ach, das ist eine Mühle. Neuer Kodex-Eintrag. Gratuliere, Mühle. Kodex-Eintrag. Nichts haben wir hier. Kann schon alles kule hier. Ich sehe echt nix, ne? Boah. Äh. Das irritiert so total, finde ich. Gibt's hier kapit? Was ist hier los? Nix, ich suche kapit. Der, 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 der hat sogar Rindvieche. Was hat ihr da? Boah. Boah, ist das schwer? Boah, ist das schwer! Hallo! Tagelöhne, grüß Gott! So lasst mich bei euch schlafen. Und wenn es nur in dieser dreckigen Mühle ist. Leider benutzen, das ist doch mal eine Aufgabe hier. Ich möchte doch echt pennen jetzt hier. So, ich mach es jetzt halt, weil ich es kann. Alter! Silberring, Trank der Baden, verzierter Silberkech. Nobel, geh die Welt zugrunde, hat er gemeint. Nobel, geht bei dir die Welt zugrunde, mein Freund. So, wir probieren hier nochmal unser Glück. Boah, was haben wir hier? Fackel, Fackel, Fackel. Okay, wir sind noch nicht überbelastet, aber viel fehlt nimmer. Ich hätte echt drüben pennen sollen, ey. Dem klau ich halt gleich sein Pferd. Nehmen wir als Kopfkissen. Verflucht, ich brauch was aus dem Bett. Haben wir hier was außer Essen? Ne, wir lassen die Masse essen. Verflucht, der Mist. Müller-Simon heißt der. Ich bin gespannt, was der alles hat. Boah, schrecken wir nicht. Ich muss mich verarschen, wieso kann ich jetzt hier nicht pennen mehr? Ich glaube, ich werde immer alles sterben hier. Dass die hier kein Bett hat. Ich werde sterben, echt. Boah, verdammt. Liebe Freunde, wir machen hier eine Folgenpause. Ich habe keine Ahnung, hier könnte ich doch pennen. Ja, in diesem Sinne. Bye, bye. Und Servus, bis morgen. Dann muss ich mir was überlegen, wie wir da am besten hinkommen. Scheiße. Verstehe ich nicht. Na? Kann ich bei dir pennen? Hey, was glaubst du, was du da tust? Schere dich weg zum Teufel. Ah, hier könnte ich schlafen. Hey. Heilige Maria. Ja, nix, Heilige Maria. Ich habe jetzt echt ein Problem hier, ne? Jetzt geht er wieder nahe. Jetzt habe ich ein echtes Problem. So, liebe Freunde, jetzt pass auf. Ich schau mal. Ich kann mich hier eine Schnellreise machen. Nein. Weißt du was? Dann spülen wir vor. Oder? Nee, komm. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische bei Kingdom Come. Deliverance. In diesem Sinne. Habe die Ehre. Und bis morgen. Ciao. Euer Franconia.